Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Da braucht man nicht lange drum herum zu reden. Große Operationen sind eine Belastung für unseren Körper, auch und gerade wenn es um die Bauchorgane geht. Da ist erst einmal der Eingriff selbst, dann die Narkose und dann sind es auch noch die großen Schnitte, die oft verhindern, dass wir schnell wieder auf die Beine kommen. Und darum ist es gut, auch hier die minimalinvasive Chirurgie anzuwenden. Bei mir ist Prof. Dr. Thomas Karros, er ist Chefarzt der Allgemeinvisceral- und Gefäßchirurgie am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Karros, Sie wenden die Schlüssellochtechnologie ja sehr häufig an, auch bei Darmoperationen. Wann ist denn das möglich? Da muss ich etwas ausholen. Das ist natürlich ein schwieriges Gebiet. Man hat angefangen in den 80er Jahren mit den ersten Blinddarmentfernungen mit der laparoskopischen Technik, also über drei kleine Piekser. Dann hat man sich natürlich langsam herangetraut an größere Dinge und hat dann im Bereich der Darmchirurgie mit der Entzündung angefangen, mit Divertikulitis. Das sind kleine Ausstülpungen der Darmwand, meistens im unteren Sigma-Bereich, im Essdarm, die zu Entzündungen neigen und bei schweren Verläufen bis hin zu Perforationen, also Durchbruch dieser Entzündung, muss man die erkrankten Teile des Darmes entfernen. Das war früher nur über mehr oder weniger große Bauchschnitte, circa 20 Zentimeter in der Länge, möglich heutzutage eben auch mit drei oder vier kleinen Pieksern, über die dann das erkrankte Stück des Darmes entfernt wird. Und bei Darmkrebs, geht das da auch? Das war lange Zeit umstritten, ob man genauso radikal und vollständig vorgehen kann, entsprechend ausreichend Lymphknoten mit entfernen kann, wie bei der offenen Technik. Das wurde von den offenen Operatoren lange bezweifelt. Wir haben viele Studien gemacht, in denen das gezeigt werden konnte, also international, dass das gleich gut ist, mindestens dem offenen Operieren gleichwertig. Und seit 2013 ist es in Leitlinien drin, dass wir auch bei Krebserkrankungen laparoskopisch, also mit Schlüssellochtechnik vorgehen können. Jetzt ist das ja ein großer Eingriff mit kleinen Instrumenten. Können Sie uns erklären, wie das funktioniert, so ein minimalinvasiver Eingriff? Das Wichtigste ist natürlich immer der Zugang, während das, was wir innen drin machen, ob endoskopisch oder offen natürlich im Prinzip dasselbe ist. Der Zugang unterscheidet sich beim Offenen durch Skalpell, durch trennende Hautschichten, Fettgewebe, Muskulatur, also eine relativ große Wunde, die gesetzt wird. Wenn wir, ich darf das mal zeigen, wenn wir endoskopisch arbeiten, haben wir den ersten Zugang, einen Schnitt von ungefähr Durchmesser 10 Millimeter, mit dem man dann durch die Bauchdecke eindringt unter entsprechender Vorsicht und dann in die Bauchdecke hineinfährt, durch die Muskulatur. Die man dadurch nicht zerstört? Die wird im Prinzip nur auseinandergedrückt, also nicht durchschnitten. Und dann zieht man dieses Innenleben heraus, hat einen Zugang zur Bauchhöhle. Die Bauchhöhle wird dann mit Gas gefüllt. Hier kann man einen Gasschlauch anschließen, dann bläht sich die Bauchhöhle auf. Und dann kann man entsprechend als ersten Zugang eine solche Optik einbringen, die ist an einer Videokette montiert, also mit Kamera übertragen auf einen großen Bildschirm. Wir arbeiten inzwischen im Westklinikum in Hamburg mit 3D-Technik sogar und kann dann mit der Kamera in die Bauchhöhle hineinfahren. Und Sie blasen den Bauchraum mit Gas auf, um mehr Platz zu haben? Genau, dass sich die Bauchdecke von den Darmschlingen hebt, dass wir Platz haben. Dann können wir in der Bauchhöhle die gesamte Bauchhöhle inspizieren. Viel genauer, als man das mit dem menschlichen Auge könnte, weil wir natürlich auf den Bildschirm schauen. Wir können mit der Optik an kleine Strukturen ganz nah heranfahren und sehen das Kleine dann ganz groß auf dem Bildschirm. Da unterbreche ich gerade mal, also wo ist die Kamera? Die wird hier hinten draufgesetzt. Das ist ja steril. Dann ist eine steril bezogene Kamera, die dann zum Videobildschirm geht im Prinzip. Und hier ist eine Linse? Hier ist eine Linse drin, kann ich mal zeigen. Ja. Da ist eine Linse drin und man kann damit sich frei bewegen in der Bauchhöhle. Man muss natürlich aufpassen, dass man hier nicht irgendwo drankommt, dass sie nicht verschmutzt. Dann ist das Bild sofort weg. Also man muss da sehr sorgfältig die Kamera führen. Und dann werden unter Sicht weitere Instrumente eingeführt, mit denen man darin arbeitet. Zum Beispiel, kann ich mal zeigen, eine kleine Fasszange. Die weiteren Hülsen sind noch kleiner. Also hier eine 5mm Hülse, also ein Minischnitt dafür notwendig. Man kann dann darüber eine zum Beispiel Fasszange einbringen, mit der man dann unter Kamerasicht innen drin arbeiten kann. Mit dieser Zange hier. Ja. Sie sagten eben gerade, bevor wir jetzt über den Fortlauf da reden, Sie arbeiten mit 3D. Als Science-Fiction-Kenner würde ich sagen, dann haben Sie auch 3D-Brillen auf? Richtig. Tatsächlich? Das ist so das Neueste seit 2-3 Jahren langsam verbreitet. In Hamburg, glaube ich, erst ein oder zwei Systeme. Wir haben das gerade frisch bekommen. Hat den Vorteil, dass wir richtig plastisch operieren können, dass wir innen drin Entfernungen besser abschätzen können, auch Nischen besser beurteilen können. Wir arbeiten also komplett in 3D und wir haben das Bild richtig räumlich über die 3D-Brille dann sichtbar. Dann stelle ich mir das so vor, der Patient auf seiner Liege, das Team drumherum, das aber gar nicht ihn anguckt, sondern auf einen Bildschirm und alle diese Brillen. Das ist die Kunst des Laparoskopierens, was auch viele Ältere zunächst als mühsam empfunden haben. Die Hand-Auge-Koordination, dass getrennt ist, was man sieht und was man macht. Normalerweise, wenn man einen Nagel in die Wand schlägt, natürlich tun nichts, auf den Finger schaut und auf den Nagel schaut und nicht so schlägt. Aber beim Laparoskopieren muss man lernen, dass man unten arbeitet und oben auf den Bildschirm schaut. Das ist erst schwierig für manche. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Teile des Darms entfernt werden müssen, weil zum Beispiel Darmkrebs diagnostiziert worden ist, haben Sie das ja schon eingangs erklärt, wie man damit anfängt. Wie geht das jetzt weiter? Denn das ist ja nicht das einzige Gerät, das da zum Einsatz kommt. Ja, wir haben natürlich Pinzetten, Zangen, um kleine Blutungen zu stillen, auch Strompinzetten. Aber das Entscheidende ist ja, wie kann ich das Stück vom Darm entfernen und wie kriege ich das andere wieder zusammen. Wir wollen ja auch den Darm wieder vereinigen, dass man keinen künstlichen Ausgang braucht. Wir haben Klammernahtgeräte, mit denen wir wie eine Art Tacker den Darm längst durchtrennen können, also quer absetzen und das setzt gleichzeitig Klammern und schneide den Darm ab, sodass der Darm mit den Klammern verschlossen ist und kein Stuhl austritt. Das ist also eine fast sterile Geschichte in der Bauchdecke. Dann nehmen wir Bergebeutel, sozusagen kleine Plastiktüten, in denen wir das Stück vom Darm hineinlegen und dann ist das einzige, was wir natürlich noch brauchen, wir müssen einen Zugang haben, über den wir den Darm herausziehen. Und da müssen wir auch heutzutage noch einen Schnitt von drei bis vier Zentimeter Länge machen, um das entfernte Stück aus dem Bauch heraus zu bekommen. Also drei Löcher und einen Schnitt? Wir erweitern ein Loch auf ungefähr drei bis vier Zentimeter, also diese Länge. Das ist natürlich kein Vergleich zum offenen Operieren. Und darüber wird dann der Darm herausgezogen. Und was machen Sie dann? Und dann haben wir im Prinzip, kann man sich auch als Laie vorstellen, das obere Stück vom Darm im Bauch liegen und das untere Stück vom Darm, dazwischen fehlt ein Stück. Ja. Wenn wir das zusammenfügen können oder müssen, würden wir das bei der offenen Chirurgie mit Nadel und Faden machen. Das ist natürlich, man kann die Hände hineintun, man kann also richtig das zusammen nähen. Das ist in der laparoskopischen Chirurgie natürlich durch die kleinen Zugänge extrem schwierig. Da haben wir Hilfsmittel, wir haben Klammernahtgeräte. Ich habe mal hier versucht, ein Modell zu entwickeln. Das ist das Klammernahtgerät, was durch den After eingeführt wird zum Beispiel. Das hat einen Kreis von Klammern und das simuliert jetzt mal die eine Seite der Darmwand. Und auf der anderen Seite haben wir eine Andruckplatte. Das ist so, um zu verstehen, wie wenn Sie eine Heftmaschine benutzen, die Platte, wo die Klammern umgebogen werden, das Gegenstück. Ja. Und das soll jetzt die andere Darmwand simulieren. Und wenn ich das jetzt zusammenfüge, das ist so, wie wir es im OP machen. Das Gerät wird dann geschlossen über diesen Handgriff. Das wäre jetzt der Punkt, wo die beiden Darmwände zusammenkommen. Und jetzt kann ich das Gerät mit einem Handgriff auslösen, wenn das geschlossen ist, indem ich hier einfach das einmal auslöse. Das ist natürlich jetzt etwas bei dem Kunststoff. So, jetzt hat es ausgelöst. Und jetzt ist ein kleines Wunder, wenn ich das öffne. Aha. Ich entferne jetzt mal die Andruckplatte. Und Sie sehen jetzt eine frische Darmnaht aus zwei Teilen, die fest miteinander verbunden sind. Und das wäre der neue Innendurchmesser vom Darm, über den der Stuhl dann transportiert wird. Genau. Zwei Reihen kleinste Krampen, so wie man es sich wünschen würde, auch außerhalb des OPs. Sie haben gesehen, das dauert eine Minute. Und wir haben eine komplette Darmverbindung wieder hergestellt, innen drin, endoskopisch. Und dann werden abschließend die drei Röhren entfernt, mit zwei, drei Fäden zugenäht und es kommen drei kleine Pflaster auf den Bauch. Sie haben da noch etwas mitgebracht. Das ist dieses hier. Ja, das ist jetzt... Das ist das Thema, wie minimalinvasiv ist man denn tatsächlich dabei? Und das scheint ja noch eine Steigerung zu sein. Chirurgen sind ja auch immer Tüftler und Entwickler durch das Handwerk. Ja. Und wenn man drei Schnitte über den Bauch verteilt hat oder vier, denkt man natürlich, das kann man auch noch kleiner machen. Und so ist entwickelt worden ein sogenanntes Single-Port. Ein Zugang, der ist ganz weich. Das heißt, man braucht am Nabel Schaumstoff am Nabel nur noch einen Schnitt von ungefähr zwei bis drei Zentimeter insgesamt. Ja. Und kann dann über diesen kleinen Port die Instrumente und die Kamera alles auf einmal einführen und kann dann... der klemmt ein bisschen, so am Schaumstoff und kann dann darüber arbeiten, über den Nabelzugang. Das heißt, man braucht keine weiteren Zugänge am Bauch. Man kann die ganze Operation über diesen einen Zugang durchführen. Und was Sie eben gefragt haben, das Bergen des Darmes geht natürlich auch, indem ich dann dieses Ding entferne und über das vorhandene Loch dann den Darm herausziehe. Das ist das schonendste. Ist nicht für alle Patienten geeignet. Ist nicht für zu dicke Patienten geeignet. Ist nicht für zu große Tumoren geeignet. Man kann so sagen, so bis zwei, drei Zentimeter Größe. Also für die etwas leichteren Fälle ist das eine gute Alternative. Der Single-Port. Der Single-Port. Während für die anderen Patienten, also größere Tumoren oder dickere Patienten, das Laparoskopische grundsätzlich immer möglich ist. Es gibt kaum Kontraindikationen. Es gibt ganz selten, dass die Patienten die Narkose nicht vertragen mit dem aufgeblähten Bauch, aber ganz selten. Oder dass durch Voroperationen so viele Verwachsungen vorliegen, dass man gar nicht richtig reinkommt. Achso, das sind die zwei Fälle eigentlich. Das sind an sich die beiden Ausnahmen. Aber schwangere Patientin in der vorgeschriebenen Schwangerschaft, also solche Besonderheiten, die verbieten an sich die Laparoskopie. Aber bei 95 Prozent ist das immer machbar. 95 Prozent. Jetzt ist ja das Minimalinvasive in Mode gekommen aus optischen Gründen im Grunde genommen. Also keine Narben. In diesem Fall aber geht es ja noch stärker um das Wohl des Patienten. Was ist der Vorteil dieser Minimalinvasiven Eingriffe? Man kann das ganz einfach zusammenfassen, auch für den Laien. Je weniger Zentimeter Bauchverletzung einem zugefügt, desto besser. Das gilt für Schmerzen, das gilt für Wundheilung, das gilt für Mobilisation, wie schnell man aus dem Bett kommt, ob man durch langes Liegen eher eine Thrombose bekommt oder durch schnelles Aufstehen eben keine Thrombose bekommt, Lungenentzündung, all diese Faktoren postoperativ um die Operation herum. Dazu ist ein Faktor, der zurzeit noch in großen Studien untersucht wird, ob nicht auch das geringere Trauma auch das Immunsystem weniger schädigt und dadurch natürlich der Tumorgesamtverlauf, das Gesamtüberleben vielleicht positiv sogar beeinflusst wird. Inwiefern? Jedes Trauma, jede Bauchverletzung, jeder Blutverlust führt zu einer Schädigung des Immunsystems. Der Körper hat einfach mehr zu tun, zu reagieren. Und das kann natürlich in Richtung auf Tumorbekämpfung vom Innen heraus den Körper schwächen. Das heißt, der Patient ist in einem schlechteren Allgemeinzustand, wenn er ein größeres Trauma hatte. Und ein möglichst gesunder Patient mit einem möglichst geringen Trauma, also mit nur drei kleinen Pieksern, ist von seinen Abwehrkräften eher stärker, um auch Tumorzellen von innen heraus zu bekämpfen, was der Körper ja immer macht durch eigene Zellen. Ja, das leuchtet ein. Das wird aber untersucht, das ist eine Hypothese, dass es vielleicht das Gesamtüberleben verbessert um einige Prozent. Und wir haben zunächst gezeigt, es ist genauso gut operativ machbar, endoskopisch wie offen. Jetzt geht es um die Frage, wie ist der Langzeitverlauf nach fünf oder zehn Jahren? Was man jetzt noch nicht weiß, weil die Methode so neu ist. Viele haben ja die Befürchtung, dass bei dieser chirurgischen Methode unter Umständen nicht alles erwischt wird, was raus soll aus dem Körper. Genau, das hatte ich anfangs gesagt, das war die Befürchtung zunächst. Es gibt aber zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass die Lymphknotenausbeute, also wie viele Lymphknoten mitgewonnen werden können und die Sicherheitsabstände absolut gleich sind. Gepaart aber mit einem deutlich geringeren Blutverlust und geringeren Trauma. Ja, wie schnell sind danach die Patienten wieder auf dem Damm? Man kann sagen, nach den üblichen Dickdarmresektionen, also der Teilentfernung eines Stückes vom Dickdarm, nach vier bis fünf Tagen zu Hause. Ja, und wie gut wird das von den Patienten vorweg angenommen? Also wie groß ist die Nachfrage, wenn man schon so eine schwere Krankheit hat, also Darmkrebs zum Beispiel, mit einer möglichst geringen Verletzung der Haut dabei herauszukommen? Wenn Patienten gründlich aufgeklärt werden, was wir immer machen über beide Methoden, dann wird jeder im Prinzip das Endoskopische wählen. Man muss ja auch sagen, es ist eine Option und wir können jederzeit, wenn Schwierigkeiten auftreten, einen Schnitt machen. Das heißt, wir sind ja nicht gefangen in der Methode. Wir können jederzeit auch dann auf die offene Operation umschwenken. Das ist bei fünf Prozent notwendig während der Operation. Wodurch? Der Tumor ist zu groß, zu starke Verwachsungen zu anderen Organen oder eine Blutung tritt auf. Also wir sind nicht gefangen. Wir haben eine Option, es ganz schonend zu machen. Sonst machen wir es wie immer. Aha. Das heißt aber, man fängt immer erst einmal mit der kleinen Variante, also mit der schonenden Variante an, um dann notfalls zu essen. Genau. Umgekehrt geht das leider nicht, dass man zunächst offen operiert. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Informationen, Herr Professor Chaos. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Werden Sie gesund! Untertitelung des ZDF, 2020